Musik kann die Geschichte unterstützen, aber sie muss zum Film passen. Sie erzählt ihre eigene Geschichte. Traurige Musik erzeugt traurige Stimmung. Dynamische Musik passt zu actionreichen Passagen. Musik, die nicht passt, passt einfach nicht, auch wenn es dein Lieblingslied ist. Manche Plattenfirmen haben ihre Tracks für YouTube freigegeben. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du auch Creative Commons verwenden. Die haben eine Lizenz, die dir Gratis-Nutzung für private Zwecke erlaubt. Creative Commons findest du zum Beispiel im Vimeo Music Store oder auf Soundcloud. Nicht nur Musik ist wichtig, es gibt auch andere wichtige Geräusche bei deinem Video. Zum Beispiel Sprache. Swinkersmiley. Ein Tipp zum Schluss für deine restlichen Bilder. Man will hören, was man sieht und sehen, was man hört.